Meine Lieblingszeitung ist der Wiesbadener Kurier und den lese ich jetzt digital. Bleiben auch Sie immer und überall auf dem Laufenden. Entdecken Sie das E-Paper bereits am Vorabend. Top aktuelle Nachrichten in der News-App und exklusive Plus-Inhalte auf wiesbadener-kurier.de. Und das Beste, ein neues iPad oder Samsung-Tablet gibt's gleich mit dazu. Der Wiesbadener Kurier. Digital, regional und verzichtbar. Jetzt bestellen unter wiesbadener-kurier.de slash tablet. Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 21. Juni. Erschossenes Wildschwein nicht mit afrikanischer Schweinepest infiziert, Rheingau Musikfestival startet morgen und hessische Politik arbeitet Corona-Pandemie auf. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Wildschwein, das am Dienstagabend in Schierstein im Hof der Feuerwehr erschossen wurde, war nicht mit der afrikanischen Schweinepest infiziert. Das hat das Wiesbadener Veterinäramt jetzt auf Anfrage des Wiesbadener Kurier mitgeteilt. Die Bache, die etwa 35 Kilogramm gewogen haben soll, war durch den Ortskern und dann in den Hof der Feuerwehr direkt neben dem Schiersteiner Rathaus gelaufen. Nach Absprache mit der unteren Jagdbehörde haben ein Jäger und der Schiersteiner Ortsvorsteher, der auch Jäger ist, das Tier erschossen. Auch, weil es möglich gewesen sein könnte, dass das Wildschwein infiziert war. Das hat sich nun nicht bestätigt. In den sozialen Medien war nach der Kurierberichterstattung eine heftige Diskussion über den Vorfall entbrannt. In der Restriktionszone rund um den Fundort des Wildschweins mit afrikanischer Schweinepest in der Nähe von Rüsselsheim sind die Schutzmaßnahmen angelaufen. Tote Wildschweine, die in einem Umkreis von 15 Kilometern gefunden werden, werden in den Sammelstellen abgelegt. Insgesamt wurden bislang, Stand heute, 13 tote Wildschweine untersucht. Sieben von ihnen wurden im Kreis Großgerau gefunden, vier in Wiesbaden und jeweils ein Tier im Main-Taunus-Kreis und in Frankfurt, erklärt das hessische Landwirtschaftsministerium auf Anfrage. Christian Hock ist Geschäftsführer des Fußballregionalligisten Kickers Offenbach. Früher war er Profi von Mainz 05 und auch Cheftrainer sowie Sportdirektor des SVW in Wiesbaden. In der vergangenen Woche ist er täglich angegriffen worden. Seine Nase wurde gebrochen. Nun ist der 54-Jährige operiert worden. Der Eingriff sei gut verlaufen, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagt er nun. Ein unbekannter Täter hatte Hock unter dem Vorwand, er hätte einen Auffahrunfall bei dessen Auto verursacht, aus der Wohnung gelockt. Als Hock auf den Fußweg neben den Mann trat, schlug dieser ihm unvermittelt ins Gesicht und rannte davon. Hock erlitt eine Nasenfraktur, zudem verlor er einen Schneidezahn. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht, von ihm fehlt jede Spur. Hock kann über das mögliche Motiv nur spekulieren. Da er privat mit niemandem Stress habe, vermutet er, dass der Täter aus der Fußballszene stammen könnte. Der 54-Jährige ist seit Mai 2023 Geschäftsführer des OFC. Das Rheingau Musikfestival startet am 22. Juni mit gleich zwei Konzerten. Geiger Christian Tetzlaff spielt mit dem HR-Sinfonieorchester im Kloster Eberbach und Pianist Bruce Liu tritt im Wiesbadener Kurhaus auf. Beide Konzerte sind ausverkauft. Karten für weitere Konzerte sind noch erhältlich. Für das Eröffnungsevent im Kloster Eberbach bei Eltville im hessischen Rheingau haben sich Hessens Regierungschef Boris Rhein und sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Hendrik Wüst bei der CDU angesagt. Insgesamt 155 Konzerte an 24 Spielstätten, vorwiegend in Hessen, aber auch auf der anderen Seite des Rheins in Rheinland-Pfalz, umfasst die Veranstaltungsreihe bis zum 7. September. Es ist die 37. Festivalsaison in Schlössern, Kirchen, Weingütern und an anderen Orten. Autofahrer in Biebrich sollten ab sofort mehr Zeit einplanen. Wegen Bauarbeiten an der Fahrbahn wird die Rheingau-Straße von der Elisabethenstraße bis zur Wilhelm-Kopp-Straße bis voraussichtlich 3. Juli voll gesperrt. Die Bauarbeiten haben am Donnerstagmorgen begonnen. Laut Stadt werden auf der Straße etwa 10 Zentimeter des durch Schwerlast- und Busverkehr beschädigten Asphalts abgefräst, bevor eine neue Schicht aufgetragen werden kann. Insgesamt umfasst die Strecke, auf der die Fahrbahn erneuert wird, nur eine Länge von 70 Metern. Die Umfahrung hat aber einen weitaus größeren Rahmen. Aus Richtung Amöneburg kommend verläuft die Umleitung wegen der Vollsperrung über die Glarusstraße, Breslauer Straße, Castellar Straße und aus Richtung Schierstein kommend über die Albert-Schweizer-Allee in der Siedlung Parkfeld bis zur Eppel-Allee, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Insgesamt umfasst die Strecke, auf der die Fahrbahn erneuert wird, nur eine Länge von 70 Metern. Die Umfahrung hat aber einen weitaus größeren Rahmen. Aus Richtung Amöneburg kommend verläuft die Umleitung wegen der Vollsperrung über die Glarusstraße, Breslauer Straße, Castellar Straße und aus Richtung Schierstein kommend über die Albert-Schweizer-Allee in der Siedlung Parkfeld bis zur Eppel-Allee. Der Hessische Landtag wird sich nach der parlamentarischen Sommerpause mit der Politik während der Corona-Pandemie befassen. Der von der AfD intendierte Untersuchungsausschuss wurde am Donnerstag vom Landtag mit großer Mehrheit eingesetzt, allerdings in deutlich abgespeckter Form mit sieben Punkten. Gegen den ursprünglichen Einsetzungsantrag der AfD-Landtagsfraktion, der insgesamt 43 zu klärende Punkte enthielt, gab es vehemente verfassungsrechtliche Bedenken von CDU, SPD, Grünen und FDP. Vier Expertengutachten untermauerten diese Bedenken. So wurde dem Antrag beispielsweise bescheinigt, die Kompetenzen des Landtags zu überschreiten, für den Fall, dass das Vorgehen von Bundesbehörden auf den Prüfstand gestellt werden sollte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de